Was ist das für ein Feeling, also deine Mittäter, ihr wart am Chatten, habt ihr dann irgendwann auch mal gewoiced? Hat man die in WhatsApp, trifft man nie? Nein, 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 also das ist in der Szene ungeschriebenes Gesetz, es wird nicht nach dem Privatleben gefragt. Du kennst diese Menschen nicht? Nein, ich habe meine Mittäter kennengelernt. Vor Gericht? Vor Gericht. Ja, ohne Scheiß. Und da guckt man sich in die Augen und sagt, yo, the one, was geht?